Hallo ihr Lieben! Neue Runde bei KONDOSMO 7 mit der Nissan Fairlady Z Version S. Bisschen gedrosselt auf 700 LP, harte Rennreifen und mit ein bisschen Ballast. Damit geht es heute zur ASIN Meisterschaft. Ich könnte das jetzt auch rausnehmen auf weiche Reifen und Gewicht rausnehmen. Aber ich lasse das jetzt so. M4 LP sind 600. Das sollte passen. Drei Rennen sind es. Mal gucken, bei zweien werde ich wahrscheinlich noch nie Play machen. Und dann geht es erst mal los hier. Eigentlich wollte ich dem Auto noch eine andere Farbe verpassen. Drei Röntgen jeweils. Drei Röntgen Musik Untertitelung. BR 2018 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 Feine Sache. Jetzt gleich weiter zum Zweiten. Dann war ich schon. footiii. Ja, jetzt an dem wir uns vom dritten rum in die Zelle Hüblehen. Die Zelle Hüblehen 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 Die Zelle Hüblehen